Kapitel 3.2. Ihr lest euch natürlich bitte das hier erst selbst in Ruhe einmal durch. Und von mir jetzt die kurze Erklärung noch. Wir hatten ja mehrere Probleme festgestellt eben. Wir wollten einmal hier oben den Tabellenkopf hier ändern. Und hier ist ja die Lösung im Grunde verraten mit einem Alias-Namen. Wir brauchen also nur S schreiben und können dahinter schreiben, wie das heißen soll. Also wenn hier jetzt gerade Name steht, könnte ich auch S. Und ja, was schreibe ich denn hin? Mein Wunschname. Ach so, das sind jetzt mehrere Worte. Das geht nicht. Muss ich, denke ich, zusammenschreiben. So, und dann ist der Tabellenkopf hier oben anders. Das habe ich jetzt gerade geraten. Ich hoffe, das war richtig. Einmal schnell ausprobieren. Ja, wenn hier mehrere Worte geschrieben sind, müsst ihr das so in Hochkommata setzen. Wenn das nur ein Wort ist, dann könnt ihr das auch ohne schreiben. Und ihr seht, ich kann den Namen dort ändern. Und wir wissen ja, wir können ja hier verschiedene Sachen einzeigen lassen. Einwohner. Einfach nochmal was anderes anzeigen lassen. So, Einwohner, so wie wir das immer hatten. Jetzt könnte ich natürlich auch Blödsinn machen und da hinschreiben. Ich weiß nicht, ich soll den Namen hinschreiben. Das macht jetzt natürlich keinen Sinn. Aber ihr seht, so habe ich jetzt den Namen des Tabellenkopfes geändert. Das lasse ich mal lieber erstmal so. Zweite Sache, die wir hier hatten. Wir hatten ja hier die Namen mehrfach. Und wir wollten, dass dieser Name nur ein einziges Mal angezeigt wird. Und das haben sie ja hier auch verraten mit dem Schlüsselwort Distinct. Das heißt, eindeutig, der Name des Landes soll eindeutig sein. Und ihr seht hier ja noch, das heißt, dass das auch alle glaubt. Ich mache es nochmal weg. Ihr seht ja hier noch, Ägypten wird mehrfach aufgezählt. Argentinien wird mehrfach aufgezählt. Wenn ich jetzt sage, das soll eindeutig sein, dann werden die Ländernamen nur noch einmal hingeschrieben.